Ich heiße Reinhard Jürgel. Ich lese aus meinem aktuellen Buch Die Stille eine bestimmte Szene, die in gewisser Weise eine Schlüsselszene für dieses Buch und für die Geschichte zweier Familien ist. Es handelt sich um ein Geschwisterpaar, Georg und Felicitas. Die sind aus bestimmten Gründen zu Waisen geworden und sind im Jahr 1960 oder etwas früher von einem Pfarrer adoptiert worden. Diese Geschwister kommen nun zusammen im Jahre 2003, sie sind also schon etwas betagter, und sprechen über ein Vorkommnis, das ihre ganze Beziehung und damit auch die Beziehung innerhalb der Familie beeinflusst hat. Ich lese diesen Text, diese Schlüsselszene. Als der Regen begann, damals im Frühjahr 1960, ich war schon 25, aber erst im zweiten Semester des Medizinstudiums, fuhr ich an einem Wochenende von Mathildenburg, ich lebte mit Henriette seit unserer Hochzeit dort, weil in Berlin keine Wohnung und somit die Zuzugsgenehmigung für diese Stadt nicht zu bekommen war, zu dem Pfarrer Briggrau nach Altendorf. Mit meinem Studium war ich um etliche Jahre später dran als andere, weil im Arbeiter- und Bauernstaat eines Pfarrersziehsohnen als Herkunft die falsche Herkunft war. Zur Bewährung und zur Korrektur solcher Abstammung, Zwangsverpflichtung in die sozialistische Produktion, in den braunen Kohlentarebau in Bracho für ein Jahr. Ein Jahr lang mehr und mehr abstumpfende Sinne, aus jedem Spiegel ein müdes, dreckiges Gesicht, meines? Und dem Pfarrer, der insgeheim sich schuldig fühlen mochte an solcherlei Zwangsverpflichtung seiner Ziehkinder, der säkularen Form der Erbsünde, blieb nichts weiter übrig, als mit einer seiner stummen, alttestamentlichen Gesten mich mahnend zu verabschieden. Gehe hin in Frieden und halte deinen Leib in Ehren. Der Pfarrer gehörte zu jenen Menschen, dem sich Erfahrungen mit anderen Menschen nicht in Worte und Urteile, sondern in eigene Physiognomie und Gesten übertrugen. Aber ich hielt meinen Leib nicht in Ehren, was auch Ehren an diesem dreckigen, müdgebeugten, zerschundenen Fleisch, und suchte, wie viele meiner Kollegen ringsum, in der Sehnsucht nach Verschwinden und Kranksein, den flüssigen Selbstmord in Raten, den Suff. Und so hatte ich noch vor dem Ende des einen Pflichtjahres die Schnauze voll und keine Lust mehr aufs Studium der Medizin. Wollte bleiben, wo ich war und wer ich geworden war. Im Braunkohlentagebau, Säufer und Prolet unter Proleten. Nirgends ward Arbeit häufiger als Strafe verhängt, als in einem Land, wo Arbeit zum Bedürfnis werden sollte. Erst Henriette, noch vor unserer Heirat, brachte mir den Mut zurück und mich aufs lange Gleis zum Studium. Ich bewarb mich erneut, erhielt vom Betrieb die Delegierung, denn augenscheinlich war ich jetzt angekommen, wo man mich haben wollte. Die falsche Herkunft ausgeschwitzt bei der Maloche, den Dünkel, den man vermutet hatte, ausgekotzt nach manchem Saufgelage war ich nun einer von ihnen. Im Herbst 1959 wurde ich immatrikuliert. Mein Interesse am Studium aber blieb ohne Feuer schon vor dem Beginn. Nur die trübe Aussicht auf Rückkehr in den Tagebau sowie Henriettes Trauer über meine Lebensgleichgültigkeit hielten mich in Berlin, Humboldt-Universität, Fakultät Medizin.